oh Leute, meine alte Kipco, meine Hüte, schon vor zwei, zweieinhalb Jahren verkauft und heute mal wieder die gelegenheit sie zu fahren da kannst du durch, mach Allrad rein da unten der Knopf, ja und dann vorsichtig anfahren auf Low oder High? fährst du vorsichtig an, bis der da anzeigt, dass du Allrad drin hast jetzt steht noch zwei WD, fahr mal vorsichtig an fahr mal ein Stück ja, jetzt kannst du ja durch, ohne Probleme keine Chance da bin ich schon ein bisschen dreckig geworden wir haben da den Wasserhahn ja, da ist mega der Umstieg raus ja, willst du vertauschen? ja musst du jetzt so nicht unbedingt komplett mitten durch jede Pfütze fahren weil keine Ahnung eigentlich sollte die Tasche dreckig werden ist auch schon zu spät cool ist hier drauf, hier ist ja nicht dreckig fast nicht bei der schon sondern so noch das Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 das ist echt guter Tag und damals waren sie noch giftgrün, jetzt ist nur noch das Gitter vorne ja, bleibt auch grün ja, bleibt auch grün